Der Buddhismus erreicht Deutschland. Aufsätze über die Entdeckungen der Asiatic Society und der frühen englischen Kommentatoren waren auch Arthur Schopenhauer, 1788 bis 1860 bekannt, der sich manchmal selbst als Buddhaisten bezeichnete. Zu seiner Bibliothek gehörte unter anderem eine französische Übersetzung des Lotus Sutra von Eugène Bernouf, 1801 bis 1852, dem ersten europäischen Wissenschaftler, der sich mit der Erschließung des Pali befasste, Essay sur le Pali, 1826. Das Dhammapada kannte Schopenhauer in lateinischer Übersetzung. Er hielt seine eigene Philosophie und die Buddhas für eng verwandt. Die Unterschiede zwischen Mahayana und Hinayana konnte Schopenhauer noch nicht erfassen, da die Forschung zu seiner Zeit noch nicht so vorangeschritten war. Begeistert war er auch von den Upanishaden, die mit ihrer Vorstellung von einem Welturprinzip Brahman seiner Willenslehre näher stehen als der Buddhismus. Nach dem indischen Prinzip der Individualseele nannte er seinen Pudel Atman. Auch wenn Schopenhauer im Studium der indischen Weisheitslehren des Buddhismus und des Vedanta in der Hauptsache eine Bestätigung seiner eigenen Philosophie suchte, gebührt ihm das große Verdienst, einer der ersten gewesen zu sein, die den Buddhismus in Deutschland bekannt machten. Der Roman Siddhartha von 1929 kann als Ergebnis von Hermann Hesses 1877 bis 1962 langer und ausführlicher Auseinandersetzung mit den Philosophien Indiens bzw. Asiens gesehen werden. Darin verarbeitet hat er zahlreiche Fragmente und Episoden aus der Lebensgeschichte Buddhas. In dem Werk zieht der schöne und begabte Brahmanensohn Siddhartha gegen den Willen seines Vaters mit seinem Freund Govinda in die Hauslosigkeit. Als Samana begegnet er auch Gautama Buddha, dessen Weg Siddhartha jedoch für sich nicht annehmen kann, da er entdeckt, dass diese Folgerichtigkeit aller Dinge dennoch an einer Stelle unterbrochen ist. Er wendet sich wieder dem weltlichen Leben zu und gibt sich der Liebe, dem materiellen Reichtum, der Habgier und dem Glücksspiel hin, um sich, nachdem er schon an Selbstmord dachte, erneut auf die Suche zu begeben. Zufriedenheit und einen erleuchteten Tod findet er schließlich als Fährmann an einem Strom, der ihn die Erkenntnis des ewigen Wandels lehrt. Siddhartha gilt als einer der meistgelesenen Romane des 20. Jahrhunderts. Auch in Asien, besonders in Japan und Indien, wo es sogar in verschiedene indische Sprachen übersetzt wurde, wird es bis heute in hohen Auflagen gedruckt. Indiens neobuddhistische Bewegung Als der Buddhismus im 18. Jahrhundert in Europa erstmals philosophisch und akademisch wahrgenommen wurde, war er in Indien so gut wie nicht mehr existent. Zwei wichtige Ereignisse haben dazu geführt, dass der Buddhismus sich wieder einen Platz im religiösen und gesellschaftlichen Leben Indiens erobern konnte. Eines davon ist die bereits erwähnte Zuwanderung zahlreicher tibetischer Flüchtlinge seit der chinesischen Besetzung Tibets und der darauf folgenden Flucht des Dalai Lama nach Indien im Jahre 1959, durch die inzwischen in vielen Teilen Indiens sogar im Süden große tibetische Gemeinden entstanden sind. Das andere maßgebliche Ereignis ist die in Europa wenig beachtete Bewegung eines indischen Neobuddhismus, der bereits so viele Anhänger hat, dass er gelegentlich als viertes zu den drei alten Fahrzeugen des Hinayana, Mahayana und Vajrayana hinzugezählt wird. Navayana, das neue Fahrzeug, wurde 1956 aus Anlass von Buddhas 2500. Geburtstag in Nagpur von Bimrau Ramji Ambedkar 1891 bis 1956 ins Leben gerufen. Ambedkar war ein unberührbarer und damit kastenlos, konnte aber ungeachtet dieser ungünstigen Voraussetzungen in New York und London studieren. Nach seiner Rückkehr war er Anwalt, Redakteur und Politiker und er gilt als einer der Väter der indischen Verfassung. Seine politische Karriere war stets vom Kampf für die Gleichstellung der unteren Kasten gekennzeichnet. Überall in Indien ehrt man Dr. Amit K. mit Statuen und manchen indischen Buddhisten gilt er als Maitreya, der Buddha der Zukunft. Mit ihm traten 1956 eine halbe Million Menschen zum Buddhismus über. Seither ist die neobuddhistische Bewegung in Indien auf etwa 5 Millionen Anhänger angewachsen, die auch als Ambedkariten bezeichnet werden. Durch ihre Ablehnung der Verehrung von Bildwerken und übernatürlichen Gottheiten zeigt sich in ihr eine Hinwendung zum ursprünglichen Buddhismus. Auch wenn die betont soziale Ausrichtung des Ambedkar-Buddhismus in starkem Widerspruch zu diesem steht. Neben verschiedenen inhaltlichen Umdeutungen der buddhistischen Lehre ist die Wandlung der Symbolik und Funktion des Stupa vom Grabmal in eine Versammlungshalle charakteristisch für den kommunalen und sozialen Anspruch des neuen Fahrzeugs. Statt eines soliden Blocks mit einer Urne im Inneren ist der Navajana-Stupa hohl und steht nun nicht mehr für die Auslöschung des Individuums, sondern für die Zusammenkunft der Gemeinschaft. Buddhismus in den USA und Europa heute. Wenn der Eisenvogel fliegt, erreicht die Lehre Buddhas den Westen, soll Padmasambhava, der Tantriker aus dem 8. Jahrhundert, prophezeit haben und hat anscheinend Recht behalten. Seit den 1970er Jahren haben alternative Bewegungen, Wertewandel, vermehrte Kulturkontakte und Globalisierung dem Buddhismus in Europa und den USA einen fruchtbaren Boden bereitet. Missionierung hat dabei kaum eine Rolle gespielt. Ein wichtiger Aspekt war die Verfolgung des Buddhismus in Tibet und die daraus resultierende Vertreibung und Flucht hoher Lamas und ihrer Anhänger. Besonders in der Schweiz, wo es eine große tibetische Exilgemeinde gibt, aber auch in Frankreich und Großbritannien sind lamaistische Klöster entstanden. Durch die Berühmtheit und das Engagement des Dalai Lama genießt besonders der tibetische Buddhismus immer größere Popularität in Europa und den USA. Der Buddhismus im Westen besitzt offenbar das Potenzial, den kulturspezifischen Erscheinungen der westlichen Industrienationen produktiv zu begegnen und bietet für viele eine Alternative zum Christentum. Im Vordergrund seiner Anziehungskraft steht eine religiöse Praxis, die eben nicht auf Frömmigkeit und Glauben setzt, sondern auf die Möglichkeit einer Verbesserung von Lebensqualität durch bewusste Veränderung. Eigenverantwortlichkeit und der Einfluss, den der Mensch auf sein Karma nehmen kann, indem er die Ursachen für eine geglücktere Daseinsweise selbst schafft, kennzeichnen den westlichen Buddhismus, der seinerseits Wechselwirkungen auf die eingewanderten Varianten ausübt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die allerdings eher politisch als religiös zu verstehende Ankündigung des Dalai Lama, er werde nach seinem Tod nicht mehr im besetzten Tibet oder einem anderen Gebiet unter chinesischer Herrschaft wiedergeboren, sondern in einem freien Land. In der Geschichte des Buddhismus ist all dies nichts Neues. Seit 2500 Jahren entstehen verschiedenste, den Gegebenheiten der jeweiligen Länder angepasste Spielarten und Schulrichtungen. Alle jedoch gehen ausnahmslos auf den Mann aus Indien zurück. Siddhartha Gautama, der zum Buddha wurde. Siddhartha Gautama, der zum Buddha wurde. Siddhartha Gautama, der zum Buddha wurde.